So, willkommen zurück hier bei Firewatch. Wie ihr seht, ist, also zumindest sehe ich, dass alles wieder scharf ist und ja, wir haben hier unser Fenster dekoriert. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? Uh, no. A fifth of Major Bueno Tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk! Hey, Dee, I don't want to harsh your vibe, but maybe, just maybe, that's a bad idea. Henry, Henry, Henry. What? You're harsh in my vibe. My thinking is, I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the sidefire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is, I'm gonna follow this wave receiver. Oh, I like it when you think. Ay, ay, ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. What are the last things I need? Is a big crossword breakthrough. So, now it's happened. That's it. So, now I'm going to take this old card here. Lake of acid, death mountain, doom canyon, escape from two orcs. It seems like a kindergarten. It seems to be a kindergarten. So, now it's here. Komm mal, was ich noch? Das war's für heute. auch interessant auch warum rechts englische gerät aussteht was auch irgendwie anstehen schon jetzt habe ich auch erschrocken ah das weiß ich was das ist ja ich bin aber da ist da ist auch ein sete hier ich weiß nicht warum sie sind hier sie sagen Shoshone National Forest Cave 452 ist das die in der Canyon ja es ist die 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 okay 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 let's just think says the woman with a half a bottle of tequila in her belly maybe they're panicking and we're preparing to beat it the fire hasn't spooked and we have new walkie-talkies so we have the upper hand yeah well it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods oh well you're back in your tower maybe you need a drink too I'm not in my tower I am looking at a man standing in your look out and it's not you it is not me oh my god go I'm going okay ich habe es richtig anscheinend so die Spiele sind echt nix für mich, Alter! Was gehe ich jetzt auf die scheiß Schlucht? dass ich eigentlich schon nie gegangen bin weil ich es immer nur gesehen habe komme ich überhaupt irgendwo raus? ich habe keine Ahnung ich habe mich voll... Dax ne, das sieht gut aus ich sehe die Ahnung hey is that person still up there no he's gone all right I'm close I just didn't want to run into him yeah look be careful I'll call you when I get up there I don't see anyone up here he was just there left a cassette player taped to my damn door I don't even know what to say to that well let's see what's on it you're so sick of letting you people do this to us we can just burn the place down Delilah Merck, think about it I am it's a tape of us talking down at the site it sounds like it was recorded from somewhere nearby oh jesus yeah and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea no we are screwed no D, just don't freak out okay don't freak out oh my god what the fuck is happening Henry ha, it's more exciting that's, 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 but also not cheap for the two no and still takes someone off despite these changes yeah I am so sick of letting the people do this to us we should just burn the place down Delilah what do this to us we should just burn the place down Delilah oh god I think I'm gonna be sick Delilah Delilah what, stinker what's wrong someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire um so I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know or that I'm an arsonist or that I'm fucking losing it furthermore I bet you don't have the only tape of us from last night so someone has evidence to back it up we need to find out what someone's been keeping in that cave I'm going down there now we don't have a lot of time left out here we don't have a lot of time left out here and if we don't find some fucking answers when they left us out of here it's gonna be in handcuffs we just, we have to stick together okay, keep our story straight from the first day with those girls to the person breaking in on our conversation everything we just we gotta be honest and consistent yeah, I suppose you're right I know so merkwürdig das ist schade, dass wir wenig Tiere gesehen haben na gut, wir sind natürlich auch nicht immer wir sind natürlich auch wie die Axt im Wald ne aber äh trotzdem hab ich einen Waschbären gesehen und einen Hirsch äh tief am Anfang und hier sind noch ein paar hier sind noch ein paar ah ich hasse es jedenfalls ist es auch spannend und ich merke wieder, dass ich für ein Rochspiel einfach nicht geschaffen bin obwohl es ja eigentlich ein gutes Zeichen ist, wenn ein Spiel dich so abholen kann dass du wirklich äh Angst hast ne wobei hier scheint es ja gibt ja da Arten von Horror ne wenn es zum Beispiel Resident Evil ist was so ein bisschen übernatürlich ist mit seinem riesigen Virus und Zombies ne hier scheint es ja alles irgendwie noch ne so eine Art Verschwörung zu sein und das ist einfacher sich von so einer Verschwörung glaube ich abzusagen also finde ich es einfacher sich einzureden okay, mich hört niemand ab als zu sagen okay okay ah, da ist echt noch ein Tumjub da okay das ist ja okay hey hey du du hast eigentlich nicht den Anrufen gemacht, richtig? auf den anderen Anrufen? du hast einfach in meine Brüche du hast mir gedacht, wie verdammt ich wäre, wenn du zu mir liefst aber jetzt, dass ich mich gefragt habe, ich wüsste, dass ich einfach nicht hätte du hast So, jetzt sind wir endlich in der Höhle. Der Schiller hat gepasst. Wir gehen jetzt hier durch. Ich finde es eigentlich schade, dass es so schnell so eskaliert ist. Ich kann keine Rezeption.